da sind wir wieder ja ich weiß gar nicht ich weiß überhaupt noch nicht genau wo ich hin möchte das so ein bisschen das frustrierende auch moment so ungefähr aber ich habe noch keinen endpunkt in sicht das war auch sehr witzig eben das war sehr witzig als wäre es extra gemacht dass man hier nicht so gut sehen könnte könnte fast denken das wäre so geplant jetzt noch das ist die schlimmste stelle bis hier in darksorts mit abstand wie gesagt light town ist echt ein witz dagegen nichts sehen ist gar nicht so gut ja ich springe halt zurück passt schon habe ich eh nicht getroffen keiner weiß es auch Wow. Das ist ja der Boden, auf den man gehen kann. Ich muss mal ein bisschen Platz schaffen, weil da bleibt man ganz gerne mal dran hängen. Warum? Dieser eine Aktivist? Das ist ja der Boden. Das ist ja der Boden. Warum? Manche wieder... Ich will nicht. Ich habe kein Abo abgeschlossen. Vielen Dank für dein Abo und deine Unterstützung. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Ich bin ein Abo. Ich bin ein Abo. Ich bin ein Abo. Frightful occult shield defend against divine weapons and lightning in an ill-fated plot to destroy the very gods that the followers of the occult once attempted to steal the power of Gravelord Nito, the first of the dead. Dead. Der Ethanos meint, er hat es endlich in den Livestream geschafft. Ja, schön. Ein YouTube-Zuschauer auf meinem Livestream. Schön, dass du mal live dabei bist, gerade in einer besonders schönen Phase hier. Ich habe schon hier so einen Spacko gehört. Ah, zwei auf einmal. Da habe ich aber auch drauf. Auf. 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 Moin. Ah, siehst du? Die Attacke ist so beschissen. Man traut sich auch nicht wegzurollen, weil irgendwie rechts geht es doch. Ah, dieses Gebiet ist ja das beschissenste, verfickteste Gebiet. Ja, jetzt hab ich ja weggesprungen. Das ist mal das Beste. Das ist das Beste, wenn er weggespringt. Weil da möchte man nämlich unbedingt dann hinterher. Das ist nämlich voll die gute Idee. Komm, jetzt trifft ich mal vernünftig. Während ich noch Pfeile in den Rücken bekomme. Danke. Da ist mir fast ein Abtrunk gelaufen eben. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh. 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 ja sehr schön spielt ihr halt den abgrund das ist auch okay wahrscheinlich ist gar kein abgrund